Unsere Welt verändert sich rasant und wir werden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Gut, dass Berlin eine Stadt ist, die sich noch nie mit dem Status Quo zufrieden gegeben hat und sich immer wieder neu erfindet. Auch jetzt ist es wieder Zeit für einen echten Neuanfang. Als klimaneutrale, lebenswerte Stadt für alle Generationen. Wo Klima und Wirtschaft von grünen Ideen profitieren. Wo selbst die Kleinsten sicher Rad fahren. Wo Wohnen kein Luxus ist. Um das zu schaffen, braucht es jetzt uns alle, die sagen, klar geht das. Und die es dann auch machen. Mit Bettina Jarasch im Roten Rathaus. Jetzt grün wählen für Berlin.